Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 20. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 419 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Android, Fuchsia, Huawei, Netflix, Sonnenbrand und OneNote. Noch ist gar nichts offiziell, doch es gab schon mal Rügen in Richtung EU. Denn vor kurzem oder besser gestern, vorgestern gab es ja die große neue Rekordstrafe in Richtung von Google von der EU aus, dass sie Apps koppeln und bundeln an Geräte und ansonsten darf man nicht den Play Store mit einbinden. Ich habe es ja gestern schon erzählt und ja, jetzt schlägt der Herr, mein Gott, Namen, genau, der Chef von Android schlägt zurück. Und möchte euch in Zukunft mit mir Geld belassen, denn Android soll kostenpflichtig werden. Sofern die EU mit dieser Strafe durchkommt, überlegt er sich das Ganze dann anders zu machen. Und sprich, ähnlich wie es Microsoft macht für Windows mit Lizenzen, will er dann mit Android und Lizenzen aufgreifen. Das ist natürlich große Panikmache und ein bisschen Muntermachen von gewissen Leuten und Politikern, die dann dafür oder eben dagegen stimmen sollten. Ich bin ja mal gespannt und hoffe, dass das nicht durchkommt. Zumindest für all diejenigen, die Android nutzen, höre ich auch dazu, wäre das ein sehr unschöner Moment. Doch da kommt ja irgendwann in nächster Zeit Nachfolge vielleicht. Auch das ist noch nicht bestimmene Sache. Auch an dieser Google I.O. in diesem Jahr wurde nichts gross darüber gesagt, über das Nachfolge- oder sogenannte Nachfolge-OS von Android und Chrome OS. Ich spreche von Fuchsia. Fuchsia, wie man Sache immer ausspricht. Das weiss man aber jetzt mittlerweile, zumindest sagt Bloomberg, dass das zuerst bei Connected Devices zum Einsatz kommt. Sprich, bei Smart Home-Geräten wird das neue Betriebssystem als erstes getestet und ausprobiert. Heisst, auf der Basis von Smart Home-Geräten werden in den nächsten drei Jahren, nach dem Start von dem Ganzen, die ersten Gehversuche damit gemacht. Und später, innerhalb von fünf Jahren, soll dann auch das Smartphone-Business drauf folgen. Ich bin extrem gespannt. Die ersten Bilder und Geschichten, die sehen ja spannend aus. Wie das Ganze schlussendlich wird, wird sich zeigen, wenn es dann da ist und wenn es dann auch wirklich eingesetzt wird. Wir bleiben im Bereich Android. Da ist ja unter anderem auch Huawei unterwegs. Und die begleite ich ja schon seit vielen, sechs, sieben, ja schon bald acht Jahren auf ihrem Weg hier, ja mittlerweile an die Smartphone-Spitze weltweit. Und das war schon immer die Aussage von ihnen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es vor sechs Jahren schon, ich bin nicht mehr sicher, 2018, 2019 hieß es, möchten sie Apple und Samsung vom Thron verstoßen. Und das soll jetzt im nächsten Jahr so weit sein, denn sie haben stolze 100 Millionen Smartphones verkauft und mit dem P20 Pro eines der besten Smartphones auf dem Markt gebracht, diesen Jahr. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe meines heiß und innig geliebt und hoffe, dass meines bald wieder ganz zurückkommt. Ein geniales Gerät und ja, im nächsten Jahr möchte man, wie gesagt, Apple und Samsung überrunden. Ich drücke ihnen die Daumen, verdient hätten sie es, sie haben in den letzten Jahren so vieles gut gemacht und vorwärts gemacht. Jetzt darfst du auch mal ein bisschen vorwärts gehen, was das anbelangt. Netflix möchte auch vorwärts kommen, denn sie möchten euch mehr und bessere Navigation durch die App bieten auf der Apple TV. Da gab es ein Update, das auf ganz vielen Statistiken und Umfragen beruhte und damit haben sie die Benutzeroberfläche angepasst. Wenn ihr das Update schon installiert habt, dann schaut doch mal rein und gebt uns das Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Kommentare, Social Media, E-Mail, wir würden uns über alles freuen. Ja, zu fast guter Letzt noch ein kleines Patent, was wieder mal in diesem Internet aufgetaucht ist. Die Apple Watch kannte uns in Zukunft von Sonnenbrand retten. Und wie sie das tut, ist relativ einfach. Mit einem verbauten UV-Infrarot-Spektrometer in der Uhr, nach unten daraus natürlich, soll die Konsistenz der Haut, respektive dem, was oben drauf ist, der Sonnencreme analysiert werden. Und sobald die gegen Ende geht, wo man eben nachreichen muss, sollte es eine Warnung geben über die Apple Watch. Da Apple immer mehr im Bereich Wellness, Sport und Gesundheit macht, was das anbelangt, auch bei der Uhr, könnte das natürlich sein, dass sowas kommt. Wir werden es sehen. Patent wurde im letzten Dezember eingereicht. Vielleicht sind wir schon in der nächsten oder übernächsten Uhr. Wer weiß, wer weiß. Und noch zu guterletzten Windows-Thema. OneNote, die App unter Windows 10, hat ein richtig grosses Update bekommen. Zum einen für die normalen Nutzer sind im Bereich der Startseite einiges neue Kacheln da reingekommen. Transparente Versionen von OneNote Live-Tile sind dazu gekommen. Es ist einfacher, Videos einzubetten etc. Aber auch wenn ihr in den Bereich der Insider gehört, dann solltet ihr mal in die Shownotes lesen, da auf den Link klicken, weil da sind auch noch ein paar Punkte drin, die sicherlich sehr interessant sind für all diejenigen, die OneNote fleissig nutzen und eben vielleicht sogar im Insider-Programm drin sind. Ja, das waren meine Folgen für diese Woche. Es ist schon wieder Freitag, heisst nach dem getaner Arbeit heute dürft ihr ins Wochenende gehen. Und somit wünsche ich dann euch nach dem erfolgreichen Arbeitstag eine schöne und erholsame Woche. Es soll ja schön bleiben, dachte ich zumindest. Ich müsste wieder mal nach draussen schauen. In diesem Sinne, nächste Woche ist der Achim wieder zurück aus dem Urlaub. Und ja, wir hören uns dann die Woche drauf. Aber bis dann eben, nochmals Achim eine Woche. Euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.